Hey Freunde, ich bin's der Obi und wenn ihr Bock habt mir ein bisschen bei meinem DJing und bei meiner Vorbereitung über die Schultern zu gucken und auf meine Hände zu schauen, was ich so mache, wie ich meine Übergänge gestalte, welche Tools ich nutze, dann checkt diese Klaas ab. Es wird Mixbeispiele geben, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben coole Übergänge, wo ich wirklich bis ins Detail meine Effekte nutze, wo ihr genau sehen könnt, was macht er da, die Cuts, den Equalizer, die Filter, die Effekte, Delay, Echo, Beatroll, Loops hier, Loops da, Backspin hier und was nicht sonst noch alles hier in unserem Werkzeugkoffer ist. Obendrauf gibt es für euch noch einen Bonus-Mix, da zeige ich einfach hier nochmal so ein kleines exklusives Video-Set für euch. Ich hoffe, ihr findet alle euren Platz irgendwo hinter den Decks vor einer geilen Crowd und lebt den Scheiß genauso wie ich den lebe und liebe und ich hoffe, wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Dann Termin Vielen Dank.